Ich hoffe, ihr habt das richtige Haus gefunden. Schaut mal, da hinten liegen die Bleilettern. Seht ihr sie? Sie sehen ein bisschen aus wie Stempel aus Blei mit Buchstaben drauf. Was macht man denn mit diesen komischen Buchstabenstempeln? Mit den Bleilettern ist es jetzt möglich, Texte und Schriften zu drucken. Sogar ganze Bücher. Das ist eine große Erleichterung, weil es nicht mehr alles von Hand abgeschrieben werden muss. Das mussten bisher ja immer die Mönche in den Klöstern machen. Mit der Hand? Das hat bestimmt ganz schön lange gedauert und war sehr anstrengend. Das stimmt. Vor allem können jetzt viel schneller viel mehr Bücher gedruckt und verbreitet werden. So gelangen Neuigkeiten auch viel schneller an die Leute. Auch Martin Luthers Kritik an der Kirche konnte so schneller verbreitet werden. Kritik an der Kirche? Dass sich das jemand traut? Ja, Martin Luther ist einer der wenigen. Aber bis jetzt hat er schon eine ganze Menge geschafft. Er hat die Bibel ins Deutsch übersetzt. Dafür war sie nämlich auf Latein. Latein war die Sprache der Römer. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass die Leute die Bibel jetzt viel besser verstehen können. Jetzt, wofür mehr Leute wissen, was genau in der Bibel steht, kann die Kirche die Leute nicht mehr ausnutzen. Die Kirche hat die Leute ja schon mit dem Ablasshandel ausgenutzt. Aber das wisst ihr ja schon. Ja, genau. Davon habe ich dir erzählt, als wir vorhin in der Kirche waren. Ich muss mich jetzt nochmal vor euch beiden verabschieden. Sonst komme ich zu spät zur Chorprobe. Bis später, ihr zwei. Danke. Viel Spaß beim Singen, Lukas. Wir beide gehen jetzt weiter in den nächsten Raum, wo wir etwas über die neue Kirchenordnung erfahren werden. Dafür musst du im nächsten Raum ganz links in die Ecke gehen. Da drückst du die Nummer 5, um mit unserer Tour fortzufahren.